Er ist ja dann auch gequatscht gewesen, nachdem er auf die andere Seite geglitscht ist. Ja, in einem Laut des Fenster ist eine gute Idee. Das ist ein Arschloch, Freddy. Ist das gleich das erste Mal? Das dritte Mal hänge ich jetzt. Ich sterbe nicht. Ich bin noch da. Ich hänge am Hacken. Was ist denn jetzt los? Ich habe 53.000 Punkte für die Runde bekommen. Der Freddy hat bei mir disconnected. Bei mir hat der Freddy disconnected. Ich habe die Punkte bekommen. Kannst du mich noch hören? Ich kann nicht zuschauen. Ätzend. Der Ping ist unterirdisch auf jeden Fall. Was bei dir hat der Freddy disconnected? Ja, ja. Ich kann dir sagen, Tüftler, Vergissmein nicht, Ruin und Barbecue. Na gut, er hat jetzt eh beide. Aber ich hänge jetzt so nicht so, dass ich noch einen. Er hat das gewöhne Gleit und Nancys Meisterwerk. Ach, dann hat vorher der Ghostface bei mir gar nicht disconnected wahrscheinlich. Das gleiche wie bei dir jetzt gerade eben. Ich habe die im Endspiel runtergeholt. Dadurch habe ich meine letzte Quest gemacht. Und jetzt. Und wir sind dann raus zu zweit. Und dann hat er disconnected bei mir. Stand zumindest dran. Ja, das kann schon mal vorkommen. Aber ist egal, ich bin jetzt ragg3, ja, ich bin immer noch rang3. Keinen Tipp bekommen, aber 53.000 Klugpunkte. ja wie gesagt ich denke psn hat gerade mal kurz probleme weil ich bin ja auch die ganze zeit jetzt aus der party geflogen aus der party fliegen das macht viel spaß so aber mein mittagessen steht jetzt auf dem tisch ich muss mich jetzt alles klärt aber meine spielersuche ist gesperrt haha ich bin gestorben und mehr blutpunkte als freddy